So, und hier bin ich wieder mit Vampire's Dawn und ja, ich habe den Status Quo hoffentlich so einigermaßen wiederhergestellt. Und ich habe jetzt eine kleine Neuerung, das könnt ihr nicht sehen, aber ich kann es sehen und zwar habe ich jetzt rechts noch die Lösung. Und zwar ist es nun mal so, dass man hier in Vampire's Dawn ewig bräuchte und ewig viel machen müsste, wenn man auf eigene Faust wissen will, wie es weitergeht. Und deshalb, wenn ich mal wirklich absolut hänge und mit absolut hänge meine ich wirklich 10 Minuten an einem Rätsel rummachen oder so, dann habe ich hier zur Not rechts die Komplettlösung. Und ich habe viel geredet, um darüber hinwegzutäuschen, dass ich jetzt hier weitermachen werde in der Story. Die zwei Städte haben wir ja schon mehr oder weniger erkundet und ja, dieser Zombie, der da auf uns zugeht, dem wollen wir doch gleich mal die Ehre erweisen. Und jetzt, ja, das war's jetzt glaube ich zum Organisatorischen, wenn man so will. So, Zombie stirbt und wir sind hier in einer verlassenen Stadt mit Zombies, die uns angreifen. Das ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen. Hallo? Jemand zu Hause? Hm, offensichtlich nicht. Nö, also, das hier sieht mir auch eher nach einer etwas ungepflegten Küche aus. Und seht euch mal den Boden an, hier absolut schmutzig. Und sogar an den Wänden ist das Ketchup. Die haben garantiert ganz, ganz, ganz ungezogene Kinder. Naja, da wollen wir mal sehen, wie das oben aussieht. Ach, da liegt einfach so einer auf dem Boden rum. Und er ist eindeutig tot. Was fällt dem ein? Oh, ne Blutflasche. Ist gut. Ähm, und hier? Nein. Und hier auch nix. Nö, 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 nö. Auch nö, nö. Äh, hier vielleicht irgendwas? Nö, nö. Nein und nein, nein. Hm. Und da ist auch nix. Okay. Und was mit der? Brutal aufgeschlitzt. Was fällt der ein? Oh, ein doppelseitiger Säbel. Aber ich glaube, da haben wir schon was Besseres. Ähm, können wir gerade mal gucken. Yep. Da ist unserer besser. Ähm. Ja. Mal gucken mal weiter hier in dieser merkwürdigen Stadt. Oh, hallo Kind. Ein Zombie-Kind. Hm. Aber trotzdem noch hässliche Topfrisur. Das gibt's ja nicht. Schwiegermutters Liebling, oder was? Oh mein Gott, der Zombie greift mich an. Ah, ah, ah. Los, tötet den Zombie. Weiter. Zerstückelt ihn. Ihnen ganz kleine Fetzen. Und in der Küche verteilen. Und das ist, äh, sehr angenehm, dass die jetzt normale Seelen geben. Denn ich habe erfahren, dass man für 30 normale Seelen speichern kann. Beziehungsweise habe ich garantiert schon erfahren. Schon mal erfahren. Also irgendwie in einem Tutorial. Übrigens. Frauen-Zombie, der immer noch, äh, böse aussieht. Also, so dieses typische Anime. Ich bin dauer mit dir, weil du nicht aufgeräumt hast, Haltung. Das ist garantiert die Mutter von dem kleinen Kind gewesen. Oder immer noch. Oder wie auch immer. Äh, worauf halte ich noch? Genau. Ähm, für über 30 Seelen kann man speichern. Ich weiß nicht, ob für normale oder andere Seelen. Das, äh, wäre jetzt noch genau herauszufinden. Allein steigt auf Level 17 auf. Ähm, das wäre jetzt noch herauszufinden, für welche Seelen man speichern kann. Oh, Herzschutz. Ähm, nach, äh, erneutem Überdenken ist der Herzschutz dann noch nicht so gut. Oh, Goldhelm. Der ist auch nicht so gut. Tja, aber, äh, eins haben die Häuser ja alle gemeinsam, ne? Unordentlich. Ja, auch wieder Ketchup an der Wand. Ketchup auf dem Boden. Brutal aufgeschlitzte Frauen in der Küche, äh, im Bett, im, im Schlafzimmer. Das geht doch so nicht, Kinder. So werdet ihr niemals zum Dorf des Jahres. Was haben wir hier? Ein Schild. Friedhof. Huah, ha, 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 ha. Nö, da gehen wir jetzt noch nicht hin. Ich will noch mehr die Häuser begutachten. Wir müssen ja immerhin noch hier ein Rating für dieses Dorf finden. Hm, noch mal ein Zombie. Ja, ähm, ein grünhaariger Zombie übrigens. Also, merkt's euch, wenn ihr zum Zombie werdet, ihr kriegt lila Haut und grüne Haare. Warum auch immer. Ja, und seid unglaublich widerstandsfähig. Na, es ist so, da gehen wir wieder mit einer wunderschönen Erfahrung. Und Asgard ist Level 17. Gut, gut. Je höher der Level, desto größer ist die Chance. Also, nee, desto mehr Schaden machen wir den Viechern, desto schneller geht das hier. Weil die sind schon ein bisschen nervig. Noch ein Toter oder eine Tote, wenn ich mir mal die Länge der Haare ansehe, die sie zudem auch noch umgekehrt aufgehängt haben. Naja. Nicht mal mehr Sinn für Kunst hat man hier. Die Hauptschlagader wurde durchtrennt. Welch Verschwendung guten Blut. Na, ich glaub, da wurde mehr durchtrennt als nur die Hauptschlagader. Ich glaub, da wurden alle Adern durchtrennt, so wie das aussah. Was ist mit dem? Hat der auch Hauptschlagader durchtrennt? Die Gittermequillen hervor. Lecker. Ja, ich find das auch sehr lecker. Es gab... Was ist denn das? Da ist jemand im Fass. Psst. Vielleicht können wir ihn rauslocken. Hey, hier ist ja jemand drin. Ach, Walna. Ich hoffe, das ist immer zu versauen. Hallo da drin. Komm raus, Walna. Psst. Ich hab Angst. Angst? Ähm. Brauchst aber keine haben. Ach ja, wieso? Weil... Wir dich retten wollen. Ihr wollt mich retten. Ihr lügt. Ihr wollt mich nicht retten. Ihr wollt mich essen. Essen? Wir sind wirklich keine Monster. Wieso sollte ich das glauben? Vielleicht seid ihr... Schlaue Zombies. Neiden sind wir nicht. Ehrlich? Ehrlich? Ehrlich. Versprochen. Versprochen. Ja, auch Ehrenwort. Racker. Gib mir eure Hand. Du willst meine Hand? Na schön. Au, verflucht. Man hat mich gebissen. Also jetzt reicht's. Lass uns gehen. Warum ist deine Hand so kalt? Ähm. Draußen ist es kalt. Hm. Na schön, ich komm raus. Macht Platz. Na gut, da bin ich. Hahaha. Gut gemacht, Walder. Ein knackiger Snack könnte es wirklich nicht schaden. Äh. Nicht Saska. Hm. Wie heißt du denn, Kleine? Juffi. Was? Final Fantasy? Juffi? Schöner Name. Vielleicht. Was ist hier passiert, Juffi? Eine böse Frau kam und machte Mama und Papa zu Zombies. Und auch die anderen Stadtbewohner wurden zu Zombies. Eine böse Frau hat das alles getan? Wie sah sie denn aus? Sie hatte blutrote Augen und lange blonde Haare und ein rosa Kleid. Hm. Klingt nach Aisha. Aisha? Meinst du wirklich? Ich kann das nicht glauben. Walner, sie ist doch ein. Aisha hat sich verändert. Sie ist böse. So wie ich. Haha. Ich habe Angst. Komm, wir nehmen dich mit in Sicherheit. Das ist doch nicht dein Ernst. Wir haben keine Zeit, um uns um dieses Gör zu kümmern. Aber ich habe große Angst. Es hat keinen Zweck, Walner. Lass sie hier. Göh. Jetzt bin ich schon so weit gegangen. Jetzt muss sie mitkommt. Vergiss es, Walner. Es geht einfach nicht. Sie wird uns nur behindern. Wir sind auf der Jagd nach einem Monster. Da brauchen wir sie nicht. Monster? Ihr wollt zu einem Monster? Aaaaaaah. Okay. Ob das so schlau war? Oh. Ähm. Lass es gehen. Verflucht bist du skrupellos. Danke. Ich tue was ich kann. Ja, scheiße. Ähm. Was hat man davon, wenn man versucht gut zu sein? Hm. Das ist halt doch böse. Ich kann mich echt nicht entscheiden. Manchmal sind das so Situationen, in denen man einfach böse werden will. Und dann sind es wiederum Situationen... Oh. Hm. Ach, Walner. Wir hätten sie auch nicht mitnehmen können. Wir hätten es wenigstens probieren sollen. Was hat sie denn da in der Hand? Ein blauer Stein? Ah, aber es ist ein kleines Mädchen. Was für ein blauer Stein? Ein runder blauer Stein. Wow. Okay. Vielleicht können wir den verkaufen oder so. Ähm. Ah ja. Zombie erscheint. Äh. Zombie weg machen. Ja. Heiter ist die Zombie-Schnetzelei. Und gelegentlich will dem Zombie auch mal ein Ei. Ähm. Nee. Ähm. Ja. Stimmt doch einfach! Danke. Schön. Zack. Und Matsch. Äh. Da geht's auch zum Friedhof. Ach, wie überraschend. Hier waren wir ja drin. Hier waren wir auch schon drin. Dann haben wir ja eigentlich alle Häuser durchsucht. Dann gehen wir zum Friedhof. Wahaha. Was zur Hölle? Hey Kumpel, mit dir ist aber auch was nicht in Ordnung, ne? Ja, du bist ein schönes Skelett. Ja, ein ganz süßes Skelett. Ja. Alles klar, mal ein kaputt. Ja, jetzt sollten wir so langsam mal, keine Ahnung, mit einem Feuerball angreifen. Und er kann hier mal mit... Ups. Nein. Vollfahrer gar nicht. Er soll mal gucken, ob der Eishauch... Äh, die... Der... Ob der Eisball den Schaden macht. Feuerball macht Schaden. Okay. Oh. Ja, gut. Das war wirklich... Äh, ich seh's grad nicht. Ach, da. Okay. Da links. Hallo. So, dann gucken wir noch. Ähm... Einfach nur, um zu sehen... ...welche Zauber denen Schaden machen. Ah, okay. Kein Schaden. Das hatte ich mir fast gedacht. Oh. Okay. Die können auch aufs Herz zielen. Das muss man sich merken. Das Blut eurer Gegner bedeckt. Das war dann... ...normale Seele erreicht. Und ich weiß auch nicht, warum ich so... ...französisch... ...what the... ...fug? Okay, weil... ...na dann... ...machst du mal deinen Feuerball... ...und du greifst an, du greifst an. Und mir fällt auf, dass wir nach diesem Kampf hier... ...Walna ein wenig Blut zuführen müssen. Ach, nein, ey. Das gibt's ja nicht. Ich hab garantiert auch keine Lähmungseinung... ...oder sowas in der Richtung. Also gut. Machen wir's halt so kaputt. Weil da ist doch schon gelähmt. Alter, bist du blöd oder was? So, Skelett stirbt. Andere Skelett bitte auch kaputt machen. Die, 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 die. Ja, ähm... ...dann macht... ...mal bitte hier alles kaputt. Ja, und den auch nur. Und das Skelett stirbt auch. Gut, eure Gegner... ...überdeckt im Boden, weil... ...nah, der will 18. Zack, zack. Oh, das Skelett können wir aber auch noch kaputt machen, oder? Ach, verdammt, das hab ich mir vergessen, ihm Blut zu geben. Ah, ich bin doch auch so ein Held. Jetzt macht bitte das Skelett kaputt. So, es stirbt. Ausgezeichnet das... Moment, das Blut... ...wohl eher der Staub. Naja. Ich will mich da jetzt auch nicht dran aufhalten. Wir geben ihm mal einen Bluttrank. So. Und wir haben ja Krankheitsserum... ...serum gekauft. Und das nicht ohne Grund, wie wir bald an den ersten Gegnern, falls sie dann mal doch erscheinen wollen, sehen werden. Ähm, genau. Särge. Können wir... Nö, können wir nicht drin halten, schade. Ein Speicherstein. Das ist doch angenehm. Ja, also so groß ist der Speichersteinmangel auch nicht, wenn man generös speichert und wenn man die Kämpfe nicht so zu arg verkackt, so wie ich hin und wieder mal, dann geht's ja eigentlich. Ja. Macht bitte die Viecher schnell kaputt. Und zack. Stirb. Nein. Oh, blutet. Okay, ähm... Da haben wir sicher was gegen. Da kann noch... Gegenstand... Was haben wir hier? Wundverband, genau. Aber haben wir auch nur fünf. Ja, die Wunden schließen sich, das ist klar. Ähm, so ist das bei mir auch immer. Man legt ein Verband auf und sofort schließen sich meine Wunden. Jetzt macht bitte das Skelett... Ja, jetzt macht das bitte mal ganz kaputt. Das fände ich sehr an die Lehmung mir. So, und das Skelett stirbt und das Blut eure Gegner, also der Staub eure Gegner, bedeckt den Boden. Und Aska ist Level 18. Hier haben wir zwei Truhen, eine Blut-Fiole ist Gugengut. Und eine Heil-Fiole. Ja, ist nicht so überraten. Oh. Warum hatte ich nur damit gerechnet? Ja, gut. Dann gehen wir mal wieder hier durch und hier durch. Kann man hier vielleicht auch durch die Wand? Nein, das wäre wohl zu viel verlangt. Gut, dann gehen wir wieder hoch und wieder runter und hin und her und rum und rum. Was mich gerade ein bisschen nervt ist, dass der Kontrast zwischen Kampfmusik und In-Game-Sound, also und, ja, Stage-Musik sozusagen, also außerhalb von Kampfmusik, so hoch ist. Also groß ist der Kontrast, meine ich. Alter. Weil jetzt verstehe ich praktisch nichts, aber wenn ich im Kampf dann den Sound hochdrehe, dann verstehe ich auch nichts. Und zwar von meinem, also von dem, was ich sage. Weil es einfach so laut ist dann. Gruft-Zombies. Und die Viecher sind der Grund, warum ich so viele Wundverbände, äh, nicht Wundverbände, sondern Krankheitserien gekauft habe. Ich war hier nämlich schon mal. Ja. Dazu habe ich, äh, ich frage mich sowieso, ob das überhaupt so reicht. Aber ich habe ja, fangen wir mal an mit, keine Ahnung, Schmerzmittel. auf sich selbst und allein macht bitte auch das Schmerzmittel auf sich selbst. So. Und jetzt machen wir bitte ganz schnell den nächsten Gruft-Zombie kaputt. Natürlich. Äh, äh, Nehmer aus Niosus Valna greift ihn an, Askar macht das Schmerzmittel und allein macht das Schmerzmittel auf sich selbst. Spitze. Jetzt macht das Drecksviech kaputt. Also man sieht, ich würde hier nicht weit kommen. Jetzt macht das jetzt einfach kaputt. Das ist jetzt scheiße. Die Krankheit können wir hinterher heilen. wie viel hält das Drecks... wie viel hält das Fiech aus? 27 Erfahrungen. Immerhin drei normale Seelen. So. Gegenstand, Schmerzmittel. Und jetzt kann sie mal mit ihrer Heilung durchheilen. Durchheilen. So, und von Blut her sind sie ja noch alle im grünen Bereich. Da braucht man gar nichts groß machen. Oh, das... Ein Schattenring. Was bringt der? Ups. Nein, ich will doch Gott bewahr ich. Ja. Ähm. Ja, wir haben einiges. Schatten, Zauberschutz, Totschutz, Totschutz... Totschutz? Achso, Tod ist, wenn sie direkt in den Tod befördert werden, sozusagen. Rate ich es einfach mal. Aber ich nehme mal schon an, dass es das ist. Also sowas wie in Final Fantasy der Death Counter. Falls ihr das kennt. Also, Final Fantasy Tactics etwa. Ich weiß nicht, ob es im normalen Final Fantasy das auch gibt. Oder gab. Oder in einem der normalen Final Fantasy. Reutra-Säbel, ähm, den brauchen wir, glaube ich, nicht. Den haben wir schon. Sehr gut. Uh. Hm. War das nicht offensichtlich. Gut, gehen wir weiter. Weiter rein in die Groove-Zombies. Ganz toll. Und ich habe, äh, als ich offscreen alles nachgemacht habe, festgestellt, dass Zuflucht gar nicht so der tolle Zauber ist, wie ich dachte, weil, ähm, man mit Zuflucht sich nicht dauerhaft praktisch zurück teleportieren kann. Also, wenn man Zuflucht einsetzt, dann wird an dem Punkt, wo man ist, ein, ähm, ja, Zufluchtpunkt praktisch gesetzt, zu dem man sich zurück teleportieren kann. Aber gesetzt den Fall, man teleportiert sich, sagen wir mal, in die Gruft und läuft dann von der Gruft aus weiter in irgendein Dorf und will sich dann zurück in die Gruft teleportieren, dann teleportiert man sich erst zurück zu dem Ort, wo man vorher war. Das heißt, man muss sich praktisch von dem Ort wegbewegen, damit man überhaupt wieder irgendwie die Zuflucht, äh, einsetzen kann. Ich hoffe, ihr versteht mich. Und insofern ist der Zaubergang nicht so toll, wie ich erst dachte. Ich dachte nämlich, erst geil, dann können wir uns weg teleportieren, wenn wir irgendwo fertig sind. Aber so läuft das halt nicht. Da kann man sich praktisch nur kurzzeitig zurück teleportieren. Vielleicht um was nachzukaufen oder so. Eine Blutviole, immerhin. Da können wir wahrscheinlich nicht in die Wand rein oder so, ne? Nö, kommen wir nicht. Ach, ich will die Perks im zweiten Teil einfach. Auf den freue ich mich wirklich. Der erste Teil ist halt, wenn man den zweiten schon kennt, ist der erste nur so. Durchschnitt. Hier, überrasch den Gegner. Das ist gut. Dann haben wir sozusagen ein Zug komplett für uns. Dann können wir diesen Rufzombie direkt schon mal platt machen. Oh, nee, es macht das nicht kaputt. Danke. und das Skelett. Kann ich nebenher kurz mal was erledigen? So. das Mikrofon ist wieder an. Genau. Heute ist nämlich mein, also die Leuchtdiode und das kleine Lämpchen halt immer an meinem Mikrofon kaputt gegangen. Hab da so ein kleines Lämpchen und wenn ich stumm schalte, dann sehe ich, aha, das Ding ist auf stumm. so, äh, Moment, wo kommen wir her? Wo wollen wir hin? Ah, ja, genau. Nee, halt. Da kommen wir her. Äh, genau, und das Lämpchen ist heute, hat heute den Backelkontakt gekriegt. Aber, das nur mal so random. Könntet ihr bitte die Güte besitzen, dieses absolut nette Skelett einfach mal zu tun? Äh, nein, nicht mal töten. Ja. Nein. Ja. Ja. Schön. Mehr wollte ich doch gar nicht. Gehen wir mal hier weiter. Achso, warte mal. Ich bin gerade ein bisschen desorientiert, ne? Also, doch hier lang und dann da rechts. Ah, das Ganze macht Sinn. So, und spätestens jetzt sollte ich mal kurz in der Lösung gucken. Aber ich glaube, wenn ich auf das Dokument klicke, dann pausiert das Spiel im Kampf. Aber vielleicht kriege ich es auch so noch zusammen. Ich glaube, es war so. Hier gibt es absolut keinen Hinweis darauf. Nein, sowas nicht. Dann war es andersrum. Es war auf jeden Fall über Kreuz. Äh, okay, Walner, mach mal kurz deinen Feuerball, damit wir den eilen. Ganz schnell wegkriegen. Ja, das hat sich jetzt absolut rentiert. so. Ach, nö. Das ist gut. Danke, alle. Und macht bitte den letzten auch noch kaputt. Und der Kopf zum gestürmt. Blut, Räuge, nur wieder die Lode, nochmal Seele, nochmal Seele, nochmal Seele, nochmal Seele, 27er Erfahrung. Okay, dann war es so. Und so. Ja. Sehr schön. Das hat sich doch gar keinen Schaden gemacht. Okay, das ist lustig. Okay, das sieht mir nach einer sehr einladenden Gruft aus. Hey, hier will ich auch mal begraben werden. Okay, Hallo? Ah, ein Zweidrohne. Was ist das? Hier, schaut mal. Da leuchtet wie wild ein Schlüssel. Dieser Schlüssel ist mit Sicherheit magisch. Aber warum liegt er hier? Ich habe das Gefühl, dass dieser Schlüssel uns noch irgendwo weiterbringt. Na, komm mal her, du Schlüssel. Ein magischer Schlüssel erhalten. What the fuck? Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Der Bildschirm zittert. Eine Falle. Lauft. Au. Da sollten wir nicht unbedingt hin. Gehen wir einfach mal hin. Hallo? Nein. Die Musik wird schnell. Klar. Mach mal ganz schnell die Viecher kaputt, bitte. Ah. Äh, Alain. Ähm, los, heil dich. So. Und ihr macht jetzt diesen Scheiß-Zong hier kaputt. Danke. Danke. Bitte. Verdammt. Drecksfecher. Na wot, nur wenn ihr noch leben würdet, ich würde euch aussaugen. Das ist ja ekelhaft. Die Rot schneiden an! Los, stopp! Drecksfliegen! Oh, Asuka ist nicht betroffen, das ist angenehm. Ausnahmsweise mal... Und jetzt macht das Ding auch kaputt. Finish him! Yes! Ludergegner bedeckt den Boden. Und Valnein ist 20. Ähm, ich will hier nicht unbedingt... Okay, okay. Äh... Mensch... Es war ein Fehler, den Schlüssel so schnell aufzuheben, aber gut. Ah, wir müssen schneller laufen, je schneller die Musik... wird... Hä? Ah! Macht die Falle überhaupt irgendwas an Schaden? Also hier hat, glaube ich, ziemlich wenig Schaden gemacht. Wenn ich das richtig gesehen habe. Äh, halt! Hier lang! Ja, ja! Die Musik überfliegt sich gleich. Ja, okay, okay, okay. Ich hab's ja verstanden. Äh... Macht bitte den Zombie ganz schnell kaputt. Das wär mir ein Anliegen. Ja! Und die anderen beiden jetzt auch noch. Ganz entspannt. In permanenter Urlaubsstimmung. Und kaputt! Und jetzt noch der letzte. Ja! Ja! Zack! Und... Zack! Stirb! Danke! Bitte! Normale Seelen erhalten. Ja gut, bei dem Input der normalen Seelen lohnt es sich schon fast für 30 dann, äh, speichern zu können. Ich hasse euch. Wisst ihr das? Ja! Ja! Juppi, 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 juppi. Mach die Drecksfächer kaputt! Allein wurde magisch krank, Askar, mach mal bitte ein Schmerzmittel auf dein Liebste. So, und der Gruff-Zombie stirbt auch, das Blut eurer Gegner bedeckt den Boden. Gott, die Musik überschlägt sich ja. Äh, hier muss ich's nicht rein. Nein. Ja, 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 ja. Ei, ei, ei. Ja, ist ja in Ordnung. Ich hab's ja verstanden. Nicht auf jeden Fall sicher. Ja, okay, okay, okay. Ich hab's ja kapiert. Ich würde sagen, hier müssen wir mit den magischen Schlüssen durch. Hey. Okay, oder auch nicht. Ja, ich geh ja schon raus. Stell weg von hier. Verdammt, das war knapp. Immerhin haben wir den Schlüssel. Es fehlt nur noch das passende Schloss. Ich darf speichern. Das speichern wir doch gleich. Okay. Das Dorf ist nur noch Matsch. Okay. Das ist schön. Äh, ja, hallo. Was macht denn ihr hier? Gut. Ähm, dann... Ja, tatsächlich, das Ding pausiert. Okay, das war einfach nur ein Versuch. Und, ähm, ich guck jetzt nicht auf die Lösung. Irgendwie finde ich das doch ein wenig... Ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Okay. Doof. Ja, doof ist, glaub ich, das richtige Wort. Das blutere Gegner bedingt Boden, bla bla bla, bla bla bla. Aber wenn ich wirklich absolut nicht mehr weiter weiß, dann guck ich halt offscreen. Und wo wir jetzt hin müssen, weiß ich zufälligerweise. Weil ich hatte ja in der letzten Aufnahme gesagt, in Uruya... Uruya war das da oben, glaub ich. In Uruya... Da waren wir eigentlich... Also, da hätten wir eigentlich vorher hingehen müssen. Also, nee, später hingehen müssen. Da waren wir eins zu früh, sozusagen. Und das hier war doch der Puff, oder? Ich weiß gar nicht mehr, was der Puff war. Ja, das war der Puff. Und dann gehen wir mal nach oben. Hi! Hallo, wenn ihr hoch wollt, kostet euch das. Hm, eins plus zwei gibt drei. Plus vier gibt... 280 vieler insgesamt. Ähm, hier ist das Geld. Danke, ihr dürft passieren. Das ist doch nicht dein Ernst, Walna. Du willst doch nicht wirklich... Nein, natürlich nicht. Aber ich hab da so ein Gefühl. Haha, ich verstehe. Aber keine Sorge, sogar Sonderwünsche sind im Preis mit drin. Nicht so ein Gefühl. Was denn dann? Ich hab das Gefühl, wir finden oben so eine Art Hinweis. Ja, natürlich. Oben findet ihr Dutzend Hinweise auf das beste Abenteuer eures Lebens. Na schön, dann gehen wir mal hoch. Aha. So sieht's also im Puff aus. AdSexy, Julia. So ist es also im Puff. Schön machst du das. Ja, die stehen auch fünf Meter auseinander. Oh, vielen Dank. Dreh dich doch mal ein bisschen. Natürlich. Schön, schön. Wunderbar. Der hat eigentlich eine andere Stimme. Und jetzt fang an, dich auszuziehen. Wie du möchtest. Mhm. So ist mein Kopfschmuck. Ist das überhaupt was für YouTube? Wirklich sehr gut. Warte, ich nehm es. Oh, und jetzt weiter. Oh mein Gott, das darf ich nicht auf YouTube zeigen. Das nehm ich auch. Du bist wirklich ein sehr hübsches Mädchen. Danke, aber du siehst auch sehr stark aus. Haha. Ich bin ja auch Mitglied der königlichen Armee. Oho, da musst du ja wirklich sehr stark sein. Richtig, richtig. Wie wär's, wenn du deinen Umhang ausziehst? Für dich Starkmann tue ich doch alles. Oh mein Gott. Du bist wirklich eins der hübschesten Mädchen, die ich kenne. Ah, das darf ich doch nicht auf YouTube zeigen. Und was treibt dich Starkmann hier in diese Gegend? Das ist alles streng geheim, aber dir kann ich es ja sagen. Und den drei Vampiren, die an der Tür lauschen. Ich und ein paar andere Männer des Königs haben vor ein paar Tagen eine merkwürdige Höhle entdeckt. Eine Höhle? Spannend. Ja, diese Höhle liegt versteckt im Wald südlich dieser Stadt. Deswegen sind wir gerade hier in der Gegend. Mein Boss meint, er gäbe mir heute frei, weil ich die Höhle entdeckt habe. Deswegen bin ich jetzt hier bei dir. Was ist denn an dieser Höhle so Besonderes? Eigentlich waren wir auf dem Weg in die Berge. Zum Überlebenstraining, das stärkt den Körper. Aber dann habe ich durch Zufall diese Höhle entdeckt. Wir sind hineingegangen und haben sie teilweise erforscht. Dort drin gibt es ekliges Getier. Jedenfalls sind wir nach einer Weile auf eine Tür gestoßen. Wir haben versucht sie aufzubrechen, doch es war vergeblich. Diese Tür war einfach nicht aufzubekommen. Jedenfalls hat mir mein Boss erstmal für heute freigegeben. Ich glaube die anderen versuchen immer noch die Tür zu öffnen. Vielleicht schaffen sie es ja noch. Aber ich bin erstmal hier bei dir. Das ist gut, du bist wirklich ein süßer Kerl. Ich glaube die denkt hier mehr aufs... Die ist hier mehr rallig als er. Wie wäre es, wenn wir uns jetzt aufs Bett legen? Komm nur. Ich warte nur auf dich. Ich komme. Aha. Okay, deutsche Pornodialoge. Kommt, lass uns gehen, wir haben genug gehört. Hallo? Ich rede mit euch, kommt jetzt! Natürlich. Da muss ich ja suchen nach dieser Höhle, von der er gesprochen hat. Irgendwo im Wald südlich dieser Stadt. Königssuite. Spanisches Zimmer. Kein Bedarf. Das will ich dir auch geraten haben. Warum ihm? Ihm hast du überhaupt nichts zu sagen. Griechisches Zimmer. Kein Bedarf. Das will ich dir auch geraten haben. Hä? 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 Blöde, verdammte Männer. Das ist was. Pff. Tch. Okay. Ähm. Ah, okay. Passt. Ich muss hier nämlich immer gucken, dass ich hab hier... Na, das ist eine lange Geschichte. Das will ich eigentlich gar nicht erzählen. Ja. Euch muss nur interessieren, falls man Skype abschmiert, dann wird halt die Spielaudio nicht aufgenommen. Und jetzt haben wir von der Höhle erfahren. Dann würde ich jetzt mal sagen, gehen wir doch einfach mal zu der Höhle. Also raus aus Uruja und hier im Wald soll hier irgendwo eine Höhle sein. Aha. Ein wilder Krieger und ein Räuber, aber das ist kein... Das sind keine Gegner für uns. Die sind schnell kaputt. Ja, schnell. Schön. Und da fällt mir ein, wäre es Nacht gewesen, hätte ich in Uruja auch noch kurz mir einen kleinen Snack gönnen können. Verdammt. Im Wald hatten sie es auch gesagt, oder? Warum? Okay. So füge ich jeden einzelnen Fleck ab. Das ist doch südlich hier. Oh, Schattenwald. Okay. Hier können wir scheinbar noch nicht hin. Auf jeden Fall ist der rote Totenkopf da. Ich weiß halt nicht, welcher... Gucken wir einfach mal. Teufelskäfer. Boah, das geht doch so einigermaßen. Ich muss bald nachkaufen. Ich glaube ja, dass er lähnt mir... Okay. Erst loot eure Gegner bedeckt den Boden. 300 Erfahrung. Wallnade will 21. Okay. Hier müsste dann ja jetzt irgendwo der Höhleneingang sein. Ey, klar, Krallen. Sind die besser? Nein. Stimmt, die hatten wir schon mal. Irgendwann. Eigentlich mich zu erinnern. Teufelskäfer und Todesblume. Ach du Scheiße. Das wird ja immer besser hier. Asker greift den Gegner an. Teufelskäfer. Okay, Asker... Was? Ihr wollt mich doch verarschen. Trotzdem trifft er noch. Es gibt immer noch eine Chance, dass sie treffen. Das ist auch gut zu wissen. Ja. Gut. Ja. Ach, das gibt's ja nicht. Wie soll denn so eine verdammte Blume ausweichen können? Das funktioniert doch gar nicht. Es macht das Drecksviech kaputt. Jetzt reicht's mir. Ich würde sagen Feuer. Und er kann trotzdem auch mal einen Eisball machen. Und sie macht... Ach so. Och, Mann. Das hatte ich ganz vergessen, dass sie das kann. Entschuldigung. Aber da macht der Eisball mehr Schaden als der Feuerball. Das ist interessant. Und interessant ist auch die Tatsache, dass wir trainieren müssen, bis wir wieder herkommen. Das sehe ich schon, weil wenn es hier einen Bossgegner gibt, dann macht er uns ganz schnell platt. Ähm, das merken wir uns. Und jetzt zaubern wir mal kurz den, die Zuflucht. Den, die Zuflucht. Genau. Und zwar zum Magierzimmer. Es wird nämlich mal Zeit, dass die Kinder wieder ihre, ja, Magie-Level ausbauen. Lichtmagie-Lichtblitz erhöht Angriffsstärke. Die ganze Gruppe wird so verzaubert. Das ist eine... Alle Gegner werden getroffen. Chance auf blind 70%. Entweder alle Gegner blind machen oder uns buffen. Hm, hm, hm. Ich finde den Buff eigentlich fast besser. Können wir auch mit Stufe 4 schon machen? Müssten wir ja eigentlich auch können, oder? Ja, geht auch. Ruft Tag oder Nacht herbei. Grundschaden 39. Ein Gegner wird betroffen. Chance auf Tod 50%. Ruft den Tag oder Nacht herbei. Was soll das bringen? Nee, wir gehen jetzt mal voll auf Schattenmagie bei Walna. Ja. Aber Stufe 5 geht nicht. Wahrscheinlich. Würde das gehen? Grundschaden 1 Gegner wird getroffen. Alle Gegner werden getroffen. Böses Ohm. Wie das funktioniert? Ja, okay. Also bis Stufe 5 können wir so etwas ausbauen. Das ist ja unglaublich. Wird ich hier noch Stunden verbringen. Okay. Eismagie erhöht Abwehr gegen Feuer. Ganz an... Äh, nee. Also Chance auf den Giften. Alle Gegner werden getroffen. Das ist gut. Alle Gegner vergiften. Ist sehr gut. Ja, können wir alle Gegner blind machen. Alle Gegner vergiften. Magie Level 4. Was haben wir hier? Ha, das hat sich sogar gereimt. Äh, erhöht die Angriffskraft. Ja, toll. Grundheilung 40. Eine Person wird geheilt. Nee. Ein Gegner wird... Dann lernt er das einfach auch noch. Weil eigentlich will ich ja Alain zur Heilerin machen. Und Magie Level 5. Was können wir hier noch lernen? Chance auf die Lösung. Alle Gegner werden betroffen. Ein Gegner wird getroffen. Das ist natürlich auch eine Idee. Aber das kann Alain dann lernen, weil sie kann ja dieses Heil und Tod auch. Ja, dann machen wir das hier noch. Für Asuka. So, Eisregen gelernt. Und dann Alain. Level 3. Achso, stimmt. Sie kann ja auch noch Feuermagie. Aha. Heilt Stummheit. Und das hier kann ja schon Asuka. Also machen wir das. Aha. Stummheit heilen ist auch wichtig, nehme ich mal an. Ich weiß nicht. Es wird garantiert Gegner geben, die das können. Stummheit. Alle Gegner werden getroffen. Feuerregen. Eine Person wird geheilt. Heilt Verfluchung. Das ist natürlich schwierig. Es ist alles gut. So an sich. Das hier, eigentlich benutze ich Alain ja nur außerhalb vom Kampf. Und 4018 ist glaube ich ein schlechteres, naja sagen wir mal Preis-Leistungs-Verhältnis, als das was ich schon kann. Heilt Verfluchung. Oder Feuerregen. Nein, ich würde sagen, wir nehmen die Segnungen. Und dann... Was gibt's noch? Level 5. Ein Gegner wird getroffen mit Grundschaden 60. Das ist stark. Ein Gegner wird getroffen mit Chance auf Stumm. Alle Gegner werden getroffen. Das bringt ja nur gegen Magier was. Aber das hier bringt gegen alle Gegner was, außer gegen Boss-Gegner halt. Okay. Schneller Tod gelernt. So, und dann gucken wir hier noch. Okay. Mit welcher Seele möchtest du? Schwache Seele. Wessen Eigenschaft? Ich will Valnars Stärke steigern. Stärke der Seelen absolviert. Und dann können wir noch einmal, glaube ich, wie ich es richtig gesehen habe, dann will ich Asgars Stärke auch noch steigern. So. Ähm. Und dann würde ich sagen, an diesem Punkt gucke ich mal kurz ins Menü. Mit den normalen Seelen könnte ich jetzt mit dem Blutdrang zaubern, Geschick, was auch immer das bedeutet, mich heilen oder speichern. Und das werde ich jetzt einfach mal tun. Für 30 Seelen. Boah nein, das ist ja überteuert. Das mache ich nur, wenn es wirklich notwendig ist. Bis dahin habe ich ja noch genug Speichersteine. 25 und in der nächsten Folge werden wir hoffentlich endlich mal Aisha auf die Spur kommen. In diesem Schattenwald. Also ich werde offscreen vermutlich leveln. Und dann im Schattenwald können wir unser Abenteuer fortsetzen. Benutze ich den Speicherstein. Schatten bergen oft nur ein Teil dessen, was wirklich ist. Sehr tiefsinnig. Wir speichern. Wir sehen uns beim nächsten Mal.